Trizepsdrücken mit Kurzhantil Sitzposition, die Hantil mit neutralem Griff in einer Hand. Der Arm senkrecht, aber nicht komplett durchgestreckt. Den Unterarm beugen, um das Gewicht hinter den Nacken zu führen ohne dabei den 90. Grad Winkel am Ellenbogen zu überschreiten. In die Ausgangssituation zurückkehren. Häufige Fehler 1. Die vertikale Linie des Arms wird nach außen verlagert. Um diesen Fehler zu vermeiden, kann der Arm, der die Übung durchführt, durch die Hand des anderen Arms unterstützt werden. 2. Der Unterarm wird am Ellenbogen weiter als 90 Grad gebeugt. 3. Der Arm gedreuzigt wird nach außen verlagert. 4. Der Arm, die Übung untertitelt.